Ja, Hallihallo, liebe Bahnhofsfreunde, ich bin's, der Tenchi und wir spielen Vektorio. Ja, letztens haben wir ja hoffentlich unsere ganzen Sachen geholt, die wir brauchen werden. Und dann fangen wir doch auch gleich mal an. Wir müssen halt hier die ganzen Mistchen noch quasi verbinden. Ich möchte gerade kein unterirdisches Wiesmann verschwenden. Ach, scheiß drauf, wir haben's doch. Oder auch nicht. Ich müsste ein paar basteln dafür. Oh je. Und dann geht uns das hier alles schon wieder flöten. Ei, ei, ei. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Da war ich jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Aber okay, passt. Vielleicht machen wir da auch den Weg so lang wie möglich, wenn wir das schon verwenden. Wow, der ist ja richtig lang geworden. Okay, wir wollen also versuchen, das alles jetzt irgendwie zu verbinden, sodass wir das auch jetzt hier alles schön verwenden können. Denn hier müssen wir, so wie das aussieht, müsste ich hier überall diese Dinger bauen. Diese unterirdischen. Sonst komme ich nicht an den Bahnhöfen vorbei. So. Dann haben wir hier quasi ganz knapp verbunden. Ganz, ganz knapp. Und hier wird's dann richtig frech. Hier wird's richtig frech. Ups. Hier müssen wir einiges basteln. Ich hoffe nicht auch noch hier. Aber so wie das aussieht, wird es hier genauso sein. Jetzt werden ja erstmal ein Haufen Zahnräder gebastelt. Wird also eine Weile dauern, bis ich meine unterirdischen Dinger kriege. Aber kein Problem. Ich gehe ja davon aus, dass das hier genau das gleiche ist, weil das ist ja auch quasi kopiert. Das ist ja genau das gleiche. Mist, das heißt hier lang. Nach unten, nach unten, nach da, nach da. So. Und dann kommt das hier wieder raus. Okay. So, und das Ganze müssen wir jetzt, ich nehme mal kurz das in die Hand. Das müsste ich jetzt hier nach oben bringen. Da soll das jetzt nämlich hin, das ganze Zeug. Ja, und ich sehe gerade, wenn ich jetzt hier Stein mache, dann ist das das Erste, was oben nicht ankommt. In dem Sinne. Also ich muss das jetzt so machen. Dann so. Dann halt so. Und dann halt auch so. Und dann sieht man, dass man... Moment. So, hier muss das doch sein. So. Äh, tü-tü-tü-tü. Okay. Dann hier hoch, hier hoch. Und dann sieht man halt, dass wir hier ein Viererband haben. Was allerdings so ankommt, dass dann oben der Stein quasi das Letzte auf dem Band ist. Ich mache mir ein bisschen frei, ey. Nervt mich. Okay. So, weil das hier ist jetzt quasi so das Letzte, was dann da oben irgendwann ankommt. Wobei, ich bin gerade überlegen, ob ich das jetzt so schön so mache. Dann hier nochmal hoch. Schön gleichmäßig. Schaffen wir hier mit vier Bändern durchzukommen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das schaffen wir. Ich glaube, ich muss jetzt quasi hier alles irgendwie auf... Äh, auf Eis legen. Oh, das wird jetzt natürlich ein bisschen... Eieiei. Wie mache ich das jetzt mit den ganzen Zügen? Okay, ich muss die eh nochmal neu machen. Quasi. Den werde ich kurz anhalten. Das ist ja ein ganz normaler Eisenzug. Also Eisen-Kupfer-Ausladezug. Das ist kein Problem. Den kann ich einstecken. Das kann nicht abgebaut werden. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Okay, den kriegt man schon mal weg. Den nehmen wir auch gleich nochmal weg. Den müssen wir eh nochmal dann neu machen. Neu setzen. So, so und so. Okay, der da. Was ist das für einer? Das ist der Kohlezug. Der fährt eh noch zur Kokerei und Raffinerie. Den kann ich auch abbauen. Wir müssen halt alles neu setzen. Kein Problem. Ah, aber kein Problem, sage ich. Ja, hier ist ein Haufen Kohle drin. Shit. Wisst ihr was? Kohle habe ich genug. Kohle habe ich genug. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Mit Raketen. Ich kann nicht auf mich selbst draufballern. Oh Gott. Ich bin so ein Frechdachs. Ich hätte es auch alle zum Bahnhof fahren lassen können. Dann einfach das stehen lassen können. Aber, boah. Ich bin so ein Frechdachs. So, bei dem sieht es schon anders aus. Der Steinzug, der ist aber auch kein Problem. Den nehme ich mir natürlich auch gerne mit. So, dann warte ich einfach, bis die Steine ja schon mal ausgelagert sind. Das dauert nicht besonders lang. Okay. Und weg damit. Dann kommt natürlich der Zug, der... Da warte ich auch nochmal, bis alles ausgelagert ist. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Das heißt, ich schicke den mal zur... Ich mache mal die Raffinerie hier einfach weg und schicke den quasi zur Basis. Da kann er dann stehen bleiben und warten, bis ich ihn irgendwann wieder brauche. So. Das waren jetzt, glaube ich, alle Züge, die hier hochfahren. Kohle kam, Stein kam, die zwei Dinger und die auch. Genau. Das waren jetzt tatsächlich alle Züge. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen, auch den ganzen Mist hier wegzukriegen nachher. Aber das mache ich dann. Ich möchte jetzt aber hier den Platz halt quasi verwenden, um hier zu bauen. Die Mauer kommt später sowieso weg. Oh, das Inventar ist voll. Okay. Das ist das jetzt für ein... Das ist ein normaler. Ah, ich habe einen Haufen Kohle einstecken. Kein Problem. Kohle soll ja hier ausgeladen werden. Jetzt habe ich hier natürlich noch keine Kiste. Ich setze sie erst mal hier rein. Hauptsache ist das erst mal weg. Ich brauche ja ein bisschen Platz zum Abbauen. Wobei der Platz jetzt auch automatisch kommt, wenn ich hier so rumbaue. Na gut. Ups. Falsche Richtung. So. Ja, das ist ein bisschen blöd. Moment. Bis hier hin soll das ja. Eins, zwei, drei, vier machen wir bis hier hin. Das heißt tatsächlich da hin. Okay. So. Ich möchte es erst mal auf jeden Fall hochkriegen. Das Ganze, die ganzen Ressourcen. Dauert halt ein bisschen. Man muss ja erst mal schauen, wie man es am blödsten macht. So. Und dann sind diese ganzen Sachen dann hier oben. Puh. Jetzt haben wir hier natürlich sehr viel Platz. Und können hier erst mal ein bisschen was weg machen. Hier soll dann der erste Hochofen hin. Den ich mir da unten jetzt einfach klauen werde. Und zwar die Variante da unten. Die lasse ich jetzt stehen. Die lasse ich stehen. Weil das ist ein Referenzmodell. Damit ich jetzt weiß, wie ich die oben auch wieder hinsetzen soll. Alles. Äh. Dass wir überlegen, wie kriege ich das Zeug raus. Das, was ich haben will. Ich würde sagen, machen wir unten einfach. Ähm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es kann Kupfer sein. Es kann Erz sein. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Ohne das. Ja. Wir werden ja keine Probleme kriegen. Um das zu sehen, was das ist. Und dann können wir quasi hier schon mal abzwacken. Und sagen einfach hier. Hier geht's los. Und dann kommt hier. Na. Unsere Dings rein. Ähm. Das wird unsere Eisen- oder Kupfer-Ohr-Linie. Die dann so eine Weile nach unten geht. Ähm. Bis. Ich weiß nicht. Machen wir bis zur Hälfte. Ist kein Problem. Da kommt dann hier jetzt die ganze Zeit dann das Erz. Wird dann rangebracht. So. Das wäre dann quasi dieses Band hier. So. Gleich. Ach nee. Da müsste ich ja auch noch Dings machen. Machen wollen. Mh. Stein will ich ja da rein haben. Mit dem Stein wird es ein bisschen blöder. Weil Stein will ich ja ganz oben haben. Das heißt. Ich will den Stein aber hier drauf kriegen. Aber das ist ja ein Doppelfliesband. Ne. Das hier ist ein Doppelfliesband. Ähm. Da muss ich mal kurz schauen. Wie kriegt man das am blödsten hin? Ich müsste jetzt. D-d-d-d-d. Passt auf. So hier machen. Dann kommt von hier kommt Kupfer. Oder Eisen. Ich weiß es gerade noch nicht genau. Und von hier aus kommt dann der Stein. Der Stein kann aber nur von da oben kommen. Das heißt ich mache den da hin. Da muss ich das hier so abzweigen. Damit das so hier bleibt. Oder kann ich das auch. Kann ich das auch so machen. Faken quasi. Damit das nicht so unerschön aussieht. Oder müsste ich nämlich so hier machen. Ich hoffe das reicht für die drei Bänder. Wenn ich jetzt hier so reingehe. Komme ich dann hier raus? Ja. Okay. Dann ist es nämlich quasi so. Hier muss abgezweigt werden. Da brauche ich eigentlich noch die ganz ganz schnellen. Steilfließbänder. Die müssen wir dann später irgendwie noch. Na ja. Nicht bauen. Jetzt baue ich das. Naja gut. Wann baue ich das eben? Und so. Damit die Steine weiter gehen. Aber gleichzeitig hier schon was abgezweigt wird. Und ich hoffe mal. Dass das jetzt quasi Eisen ist. Denn Eisen brauche ich ja mehr als Kupfer. Wäre blöd wenn die Steine nachher hier hinten nur noch halb so viele sind. Oder noch weniger. Ein Viertel bloß noch. Und dann hier hinten erst Eisen gemacht wird. Wäre ein bisschen blöd. So jetzt wird auf jeden Fall. Hier würde jetzt Kupfer kommen. Oh nein Eisen. Okay passt auf. Ich mache mal das unterste Ding. Nenne ich einfach mal Eisen. Das hier. Das ist bestimmt Kupfer. Ändern wir einfach ab. Kann ich die einfach anklicken hier? Ne. Muss ich selbst schreiben. Okay. Raffinerie. Kupfer. Okay. Und das hier unten ist jetzt die Raffinerie. Raffinerie. Nein. Raffinerie Eisen. Okay. So. Dann weiß ich jetzt von. Das letzte Band. Das unterste Band. Das ist Eisen. Das kommt dann hier. An. Hier. Und wird dann da eingeführt. Das Ding kommt weg. So. Dann haben wir auf der Seite Eisen. Auf der Seite haben wir Stein. Das wird dann hier runtergebracht. Und kann dann hier. Wie in diesem Modell. Benutzt werden. So die Eisenschmelze. Ich mache die Schmelzen dann hier oben. So dicht wie möglich. Quasi. Ein Hochofen dann dran. Ja. Und das müssen wir dann auch so machen. Dass wir hier wieder so ein Teilfließband haben. Das ist also quasi das höchste. Damit wir hier so drei davon und drei davon haben können. Also machen wir hier ein Teilfließband rein. So ein Teiler. So weit oben wie möglich. Was wäre in dem Moment wäre das hier. Dann fahren wir zwei zur Seite. Das haben wir ja hier gemacht. Zwei zur Seite. Wobei eins würde glaube ich auch reichen. Aber ich mache trotzdem zwei zur Seite. Dann kommt da ein Knickarm rein. Okay. Also so. Und so. Dann haben wir hier jetzt den Knickarm. Das sind natürlich intelligente Knickarme. Und zwar so. Und von hier kommt dann nochmal zwei. Das sind jetzt die Steine. Und dann müsste jetzt hier Erz kommen. Wenn ich mich nicht irre. Also Stein. Bauxit. Stein. Klick, klick, klick. Und hier kommt dann das Eisenerz. Klick, klick. So. Da müsste jetzt eigentlich der Hochofen reinpassen. Den ich abgebaut habe. Aha. Ja so. Hat das glaube ich gut geklappt. Genau. Okay. Dann brauchen wir jetzt aber noch Kohle. Kohle ist das zweite Band. Ah. Da, 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 da. Genau. Ah. Ich bin ein Idiot. Ich könnte auch einfach total schillig so hier bauen. Na ne. Ich dachte gerade. Ich kann ja auch. Anstatt hier so einen Umweg zu bauen. Hätte ich auch einfach hier unterirdische Fließbänder bauen können. Aber. Da bräuchte ich ja drei Stück dafür. Hier bräuchte ich bloß eins. Dementsprechend brauche ich das lieber so. Aber für die Kohle. Die er jetzt hier rein muss. Da muss ich jetzt. Ähm. Warte. Ich muss noch einen Splitter reinbauen. Okay. Kein Problem. Machen wir so. Okay. Dann mache ich hier. Das Zeug fließt ja hier weiter. Ähm. Schauen wir erstmal wegen Tunnel. So weit wie möglich. Damit wir schön viel Platz haben. Und dann kann ich hier einen Splitter reinbauen. So. Ne. Falsch rum. Und dann geht das hier nach unten. Und hier oben geht der Splitter weiter. Und das Eisen geht auch weiter. Okay. Und das Zeug muss jetzt dann hier hin. Beziehungsweise. Wie viel brauche ich denn davon? Ich habe da auch glaube ich drei Knickarme. Bräuchte ich eigentlich nur. Ich habe hier vier gemacht. Aber drei würden locker reichen. Dementsprechend könnte man es doch hier oben sogar dran machen. Ah ne. Ich muss es ja nach weiter nach unten führen. Ne. Genau. Ich muss es ja so weit wie möglich nach unten führen. Dementsprechend könnte ich es eigentlich. Damit es schöner aussieht. Vielleicht hier so runter bringen. So. Nein. Ich muss noch weiter. Und. So. Das ist dann die Kohle. Die hier runter geht. Ähm. Soweit man halt das dann braucht. Und da braucht man keine Intelligenz. Intelligenten. Da reichen drei davon. Weil das ist ja eh nur Kohle. Okay. Das ist ja ein Schmelzofen. Und natürlich gibt es dann noch. Kann man noch einen zweiten hin machen. Das heißt. Ich brauche aber eigentlich die Fließbänder gar nicht bis hier hin. Beziehungsweise kann ich hier erstmal ab machen. Damit das Zeug nicht sinnlos da hin fließt. Wo es hin fließen soll. So. Okay. Hier wird das Zeug dann ausgegeben. Okay. Das ist gut. Gut. Das wäre das erste quasi. Und bei dem anderen könnte man noch glaube ich das gleiche Band sogar nehmen. Fällt mir grad auf. Ich Idiot. Ich mach den hier weg. Dann nehmen wir einfach vom gleichen Band. Dann kämpfen die sich halt. Dann kämpfen die halt da drum. Hey. Das sieht aber doof aus. Dann machen wir das doch quasi. Wegen der Schönheit. Wegen. Machen wir das so. Kommt weg. Kommt auch weg. Okay. Bauen wir schön hin. Der Schönheit wegen Leute. Der Schönheit wegen. Hehe. So. Machen wir einfach so. Okay. Dann kann ich nämlich quasi genau hier an der gleichen Stelle. Drei Stück machen. Und baue halt das Ganze hier noch spiegelverkehrt hin. Für das andere. Das ist ja kein Problem. Einfach abbauen. Alles zu mir. Und ja auch noch zu mir. Okay. Also wir brauchen wieder ein Teilfließband. Nachher erstmal baue ich den Hochhofen dahin. So. Der genau hier hinkommt. Das bedeutet hier ist dann noch das Fließband für das Kupfer. Welches ja das hier ist. Dementsprechend haben wir damit genüge getan. Genüge getan. Und ich kann tatsächlich sogar hier ganz leicht noch die Dings machen. Und ich mache es sogar so. So. Das ist der Stein der da lang kommt. Geht dann da rein. Das Kupfer geht da rein. Dann geht das hier runter. Und dann geht das bis dahin. Erstmal. Und dann hätten wir unsere Schmelze noch drin. Und ähm. Dann machen wir hier das gleiche. Eins, zwei, drei. Dann Stein. Stein, Stein, Stein. So. Um das hinzukriegen brauchen wir hier wieder einen Teiler. Okay. Und dann so. Dann Stein. Stein, Stein, Stein. Und hier kommt ganz einfach Kupfer rein. Yeah. Also es geht ganz gut gerade vor. Also wir kommen gut voran. Außer dass ich jetzt Kupfer gerade nicht finde. Hier das Kupfererz. So und so. Wir kommen ganz gut voran. Dann kann man jetzt noch eine Schmelze oder sowas noch drunter setzen. Äh nicht Schmelze, sondern Hochofen. Wenn man dann noch mehr braucht. So. Wir schauen mal. Ich weiß nicht wie viele Fließbänder wir noch haben. Deswegen habe ich ja gerade wieder noch was abgebaut gehabt. Weil ich mir nicht so ganz sicher war. So. Wow. Okay. Ne, noch ein Stück. Und so. Gut. Das fängt doch schon ganz gut an, Leute. Es läuft doch ganz gut. Okay. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, was ich hier baue. So. Außerdem sollst du noch da gehen. Du gehst noch da. Und. Wir haben. Die ganze Fließbänder, die nach oben gehen. Wird verteilt sich dann wunderbar. Machen wir hier noch schön. Strom hin. Mal schauen. Wie wir den am blödsten verteilen. Dass der schön aussieht. Ja, er muss schön aussehen. Das hier machen wir mal weg. Wobei das sind der Lasertürme. Aber das ist ja nicht so wichtig, da die Lasertürme. Kriegen wir hier unten dazwischen was hin? Ja. Wir kriegen dazwischen was hin. Ah, schade. Jetzt fehlt hier genau hier einer. Komm. Dann machen wir einfach so. Sieht doch nach. Sieht doch schick aus. Und hier unten müssen dann Rohre kommen eigentlich. So. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Weil ich gerade nicht weiß, wenn ich jetzt noch Hochofen dran machen will. Aber das kriege ich dann schon unterirdisch irgendwie hin. Das habe ich hier ja auch gemacht. Dass ich das unterirdisch dann irgendwie weitergeleitet habe. Okay. So. Wir haben hier nämlich noch einen Haufen Kisten und alles. Genau. Ich hatte ja dann hier noch Kisten noch extra eigentlich. Aber hier haben wir ja ein recht langes Band. Ich hoffe, dass das dann alles schön da reinkommt. Und. Ah, stimmt ja. Wir haben ja gar keine Zwischenkisten jetzt reingemacht. In den Dingern hier. Shit. Was man machen könnte, wäre hier so extra Kisten. Tenshi, du bist so blöd. Ich dachte ja, das wird sofort verbraucht. Naja, gut. Wird ja quasi sofort verbraucht. Na, mal gucken. Wir werden mal sehen, wie das dann abläuft. Ähm. Die Kisten da unten habe ich jetzt alle abgebaut. Das ist kein Problem hier. Die ganzen Dinger kommen auch nochmal weg. Ich brauche ja auch mal ein bisschen meinen Platz. Und wie man sieht, habe ich sogar so großzügig gerechnet. Guckt mal. Wir haben jetzt hier locker einen Haufen Platz hier drüben irgendwie, um was zu machen. Man könnte... Na klar. Machen wir es einfach so, Leute. Machen wir die Schmelze nicht da... Obwohl, ich wollte die da unten machen wegen dem Fließband da unten, ne. Aber wir könnten das einfach so machen. Was fände ich, glaube ich, sogar ganz schick. Wenn wir diese... Diese Kabel hier. Diese Rohre. Einfach so seitlich. Na. Was hat das da hingelegt? Weil ich nicht so viel Platz habe. Kein Problem. Ich habe hier noch ein Signal. Das setze ich einfach da hin. Und dann habe ich jetzt Platz für die Dinger. Äh. Ich werde einfach so machen. So. Und werde die quasi so. Dadurch raus. Loten. Und kann die hier so nach unten leiten. Die ganzen Rohre, die ich brauche. Genau wie das. Ich hätte die Sinus eigentlich gecraftet. Ich hätte die einfach aufheben sollen. Und dann würde ich... Das hier würde ich dann in die Richtung geben lassen. So. Ein bisschen Platz lassen. Mal kurz hier den Mist wegmachen. Grünzeug. Bäh. Ekelhaft. Okay. Weil dann kann man doch ganz leicht die anderen, die dann kommen, da noch hinführen. So. Ganz schillig, Leute. Ganz schillig. Muss man nur noch mal schauen, wo dann da unten das Zeug hergestellt wird. Das Fließband muss ja von da kommen. Und das würde ich gerne einfach richtig gerade durchziehen. Ungefähr so. Nur Eisen, habe ich gesagt, ist das Erste. Das heißt, Eisen ist auch hier das Erste. Ist hier so quasi dann die Eisenschmelzen. Mehrere schmelzen. Je nachdem. Also ziehen wir hier schon mal rüber. Weg damit. Hier wird es problematisch. Weil diese Kurve brauchen wir. Aber dafür brauchen wir das hier nicht. Das heißt, es muss nur durch diese eine Kurve durch. Okay. Und das kriegen wir hin. Indem wir das so machen. Dann machen wir sogar noch ein bisschen weiter. So. Dann ziehen wir das einfach weiter durch. Wird hier ein bisschen problematisch. Aber auch noch nicht so schlimm. Und wenn ich dann noch später noch die Mauer hier dann ringsherum ziehe um dieses ganze Gebäude. Dann haben wir eine riesige Fabrik. Die so überdimensioniert ist, dass man auch locker jederzeit noch was ändern kann. So. Schauen wir mal, wo wir jetzt die Schmelzen dran machen. Ich würde das schon wirklich hier unten hier so hinsetzen. Dann kann man hier drei, vier untereinander vielleicht setzen. Ist ja kein Problem. So wie hier. Das heißt, ich habe doch schon zwei abgebaut. Wenn ich mich nicht irre. Wo sind die? Ist die nicht hier oben abgebaut? Da. Bin ich blind? Wo sind die denn hin? Ach, die liegen da bestimmt rum. Weil ich sie nicht einstecken konnte. Ah, da sind sie. Okay. Okay. So. Dann müssen wir schauen. Das Zeug kommt ja dann von der Seite. Das Eisen kommt zwar von der Seite. Aber ich würde das gerne nach da ausschäffeln. Das heißt, ich würde das schon gerne so machen wie hier. Nur, dass das Band dann von oben nach unten geht. Von mir aus kann das Band hier so lang, an der Seite lang. Hier ist noch ein Radar. Den werde ich aber woanders hinsetzen. Der muss ja nicht sein. So. Und hier ist ungefähr die Grenze. Dann wissen wir ungefähr, wo kommen Schmelze, wo kommen nicht Schmelze. Und machen wir hier einfach so hin. Machen wir quasi hier dazwischen noch eins, zwei, drei Platz. Und dann hätten wir hier zum Beispiel zwei Eisenschmelze. Da könnten wir noch was unten drunter machen. Je nachdem. Und das Rohr dafür könnte man... Oder ich mache das so. Ja. Mache ich so. Okay. Dann ziehen wir das Rohr doch auf der anderen Seite lang. Okay. Einmal so. Wunderbar. Hier oben, das kommt ja eh weg. Wegen Ausladen müssen wir ja eh noch was machen. Und damit das schön schnell alles auslädt, kann man das wieder ein bisschen übertrieben so bauen. Okay. Klack, 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 klack. Und hier auch nochmal hin. Ich möchte aber eigentlich beide Schmelze noch gar nicht in Betrieb nehmen. Aber man kann es wenigstens schon mal so bauen. Und jetzt fehlen mir natürlich einen Haufen Rohre. Hier hätten wir noch Rohre. Die klaue ich mir jetzt einfach mal. Solange ich sie einsammeln kann. Alles super. Okay. So, wir haben bloß noch zwei Minuten. Ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht mehr so richtig. Aber ich möchte es gern schaffen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe gerade so viel Bock, das zu machen. Ich werde einfach noch eine Folge aufnehmen. Und dann schmeiße ich einfach noch eine extra Folge die Woche raus. Ist das okay? Kann ich das machen, Leute? Ich denke mal, ihr habt da bestimmt nichts dagegen. Da bestimmt nichts dagegen. Aber ich würde das schon gern zu Ende kriegen. Ja, das sieht man mal. Das passt einfach nicht. Ich könnte natürlich auch mit ganz viel unterirdisch arbeiten. Aber da sieht das nicht so schön aus. Dementsprechend müsste ich jetzt noch ein paar Röhrchen basteln. Ich würde ungern nur mit unterirdischen Röhren basteln. So. Ich finde, das sieht schick aus. Man kann auch die richtig genüsslich durchziehen. Ohne Probleme. Und alles schön anschließen. Muss ja bloß Soja machen. Sieht cool aus. Und jetzt würde ich gerne noch hier den anderen Schmarrn machen. Also erst mal schauen wir, wo kommt dieses Rohr her. Da kommt das Rohr her. Kann alles weg. Hier habe ich sogar noch eine Kiste drin. Eine Holzkiste. Mit Zeug. Okay. Mache ich mal kurz aus. So. Und dann kommen hier die anderen Röhrchen. Ich hoffe, die reichen. Müssen ja mindestens genauso lang sein. Also bis hier hin. Richtig so? Ja. Ja. Okay. Wie gesagt, wir machen noch eine extra Folge. Ich hoffe, das ist okay. So. Alles bitte mitnehmen. Alle Knickarme. Einfach alles. So. Und nicht aufgeräumt noch. Okay. Die durfte ich aber auch einstecken haben. Genau. Sehr schön. So. So. Und so. Okay. Klack. Aber dadurch, dass ich noch eine extra Folge mache, habe ich natürlich das Vergnügen, hier auch ordentlich rechtzeitig auszumachen. So. Aber Moment mal. Diesen Weg nach unten brauche ich ja noch. Ah. Hier wird es doch ein bisschen schlimmer, als ich gedacht habe. Weil das hier brauche ich schon noch. Den Weg hier nach unten brauche ich schon noch. Eieieiei. Ach. Ach, mit sowas rechne ich immer nie. Da müssen wir mal schauen, wie wir das noch umwegen, technisch noch hinbekommen. Aber das hier, tut mir leid, muss sein. Sonst kommen ja die Züge nicht mehr raus. Da müssen wir auch noch mal schauen. Wie gesagt, hier kommt ja Kupfer. Wir müssen das sowieso noch mal teilen und alles. Da schauen wir uns das dann noch in der nächsten Folge noch mal an, wie wir das am blödsten machen. Damit wir das schön teilen können. Aber im Prinzip baue ich jetzt hier noch das nur auf. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenschi hier von Zubiskanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Zubiskanal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020